Jäger erschießt Bürgermeister in Österreich. Polizei fahndet mit Panzerwagen. Hinter der österreichischen Gemeinde Kirchberg ob der Donau wurde am Montagmorgen der Bürgermeister erschossen. Es gibt mindestens einen weiteren Toten. Der Täter ist auf der Flucht. Die Polizei fahndet unter anderem einen Panzerwagen nach ihm. Nahe der deutschen Grenze in Kirchberg ob der Donau wird am Montagmorgen ein Mann erschossen. Dabei handelt es sich um Franz Hofer, ÖVP, Bürgermeister der 1000-Einwohner-Gemeinde, sowie Hobbyjäger. Die Tat soll sich auf einem Flur oder Waldstück in der Nachbargemeinde Altenfelden, rund 500 Meter von der Bundesstraße entfernt, ereignet haben. Am späten Vormittag wurde bekannt, dass es mindestens ein weiteres Opfer gegeben hat. Dabei soll es sich um einen Jagdleiter handeln. Ein dritter Toter konnte bis dato nicht offiziell bestätigt werden. Beim Täter soll es sich um einen Jäger handeln. Das berichtet die Kronenzeitung. Er soll sich auf der Flucht befinden. Die Polizei fahndet mit allen verfügbaren Einheiten nach ihm. Sämtliche verfügbaren Einsatzkräfte inklusive der Sondereinheit Cobra sind vor Ort, sagte eine Polizeisprecherin. Erste Berichte zu Motiv. Langjähriger Jägerstreit offenbar eskaliert. Erste Informationen legen als Motiv nahe, dass ein langjähriger Streit unter Jägern eskaliert sein könnte. Es gab über Jahre immer wieder gegenseitige Anzeigen. Die Partei ÖVP, der auch Kanzler Karl Nehammer angehört, ist geschockt. Es ist ein Wahnsinn, zitiert die Kronenzeitung Florian Hiegelsberger, Landesgeschäftsführer der Partei in Linz. Es ist ein Wahnsinn, sagte ÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger nach dem Tod seines Parteikollegen der Zeitung. Laut heute war das Opfer seit 16 Jahren im Amt. Bei der Gemeinde handelt es sich um ein 1000-Einwohner-Dorf. Vizebürgermeister Stefan Reisinger, ebenfalls von der ÖVP, erfuhr laut Kurier von dem Vorfall bei der Feldarbeit von einem Nachbarn. Ich hätte mir nicht gedacht, dass bei uns so etwas passieren kann, sagte der Landwirt dem Blatt. Ihm seien keine Streitigkeiten innerhalb der Jägerschaft oder der Gemeindepolitik bekannt. Aber natürlich kann man es nicht jedem recht machen.